Dass hier jahrzehntelang Kinder unterrichtet worden sind, darauf deuten nur noch ein paar Dinge hin. Vor rund einem Jahr hat sich der Kreisleher entschieden, die ehemalige Reilschule in Rauderfehn zu verkaufen. Nun wird sie in ein Hotel umgebaut. Insgesamt sollen hier etwa 40 Zimmer mit 76 Betten entstehen. Die Räumlichkeiten waren ja noch ziemlich vollgestellt, auch mit alten Schulmöbeln. Das musste erstmal alles entsorgt werden, aber das Gebäude ist so allgemein eigentlich in einem sehr guten Zustand. Es soll schon eigentlich modern eingerichtet werden. Also wenn man hier reinkommt, dann findet man ziemlich schnell auf der linken Seite die Rezeption. Und dann wird es hier eine Lobby geben. Und dahinter sieht man dann auch schon quasi das Restaurant, was hier entstehen soll mit einem Biergarten. Und die Zimmer werden sicherlich auch modern eingerichtet, sicherlich auch mit kleinen historischen Elementen oder auch mit Elementen, die noch erahnen lassen, dass es mal hier eine Schule war. Der vordere Gebäudeteil ist 1886 als Navigationsschule gebaut worden, in der bis nach dem Ersten Weltkrieg Seefahrer ausgebildet wurden. Ab 1974 hat dann die Reelschule das Gebäude übernommen. Die Förderschule ist nach etwa 40 Jahren geschlossen worden, nachdem die Schüler im Zuge der Inklusion in andere Schulen gegangen sind. Ein Hotel aus dem leerstehenden Gebäude zu machen, war umstritten. Auch ein Familienzentrum war im Gespräch. Daraus wurde aber nichts. Insgesamt ist das Gebäude 2100 Quadratmeter groß. Die umzubauen ist eine Menge Arbeit. Es war ja jetzt auch eine lange Durststrecke, bis es überhaupt alles geklappt hat. Und da habe ich sicherlich schon mal zwischendurch den Gedanken gehabt, war das alles richtig, dass wir das gemacht haben. Aber ich denke jetzt eigentlich mit Freude daran, freue mich darauf, dass wir hier das Gebäude wieder mit Leben füllen können. Es ist eine ganz spannende Sache. Und da hoffe ich mal, dass das dann alles so wird, wie wir uns das vorstellen und dann natürlich die Gäste auch entsprechend kommen. Geplant ist, dass das Hotel im späten Frühjahr 2021 die ersten Besucher empfangen kann. Einen Namen hat es auch schon. Heißen wird das Hotel Alte Navigationsschule. Also, ich glaube, ich bin mir gut, dass es nicht mehr so wird. Untertitelung des ZDF, 2020